Ja und an der Stelle herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rise of the Tomb Raider. Was? Genau, mein Magazin ist leer, Amigo. Klopf, klopf. So viel zum Thema mein Magazin. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Boah. Alter. Ah, okay, das ist nur ein Funkgerät, das juckt mich ja recht wenig. Das hier ist aber interessant. Ach, diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte, ich drifte ständig ab, schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist, wie wir den Plan ändern mussten. Ich dachte, dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor, meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und er kannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit. Konstantin und ich. Als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los. Zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Doch, würdest du mit einem Pfeil im Kopf. Oft ganz entspannt, weißt du. Danke schön. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Waffenschmiede. Okay. Fertigkeiten. Zehn. Was ist das? Adrenalin. Ja, nee. Starke Medizin. Erleiten sie kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde, wenn sie im Kampf unten versorgt haben. Was ist das? Dauer... Ja. Geil. So stelle ich mir das vor. Ähm... Wo muss ich lang? Hier hoch oder was? Ne, ich kam von hier, ne? Oder kam ich von hier? Ah ne, richtig hier hoch. Oh! Uh was? Oh! Oh! Simba! Aus! Oh! Dankeschön. Also ich muss da ganz nach oben. Alter Schwede. Da wird's Beine runtergeflogen, ey. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Dann tu dat. Dann hör ihm wieder zu. Meine Jöder. Also, bei dem Abschnitt hier... Okay. Auch geil, da hatte ich ganz kurz mal einen Hänger. Ähm. Ja. Bei dem Abschnitt fühle ich mich echt richtig hardcore nach Dingens. Nach Spider-Man. Ich weiß nicht warum. Und ich weiß auch... ...ehrlich gesagt, wo es weitergeht. Ich wollte sagen, ich weiß nicht, wo es weitergeht, aber... ...naja. Hier... ... ... Der Atlas ist eine Karte. Er weist angeblich den Weg zu dem, was die Einheimischen für beschützen. Die göttliche Quelle. Den Teil verfehle ich noch immer mehr. Was diese Quelle auch ist, sie muss etwas wertvolles sein. Aber die Firmen sind nicht so. Ja, also. Ja, geil. So schnell werde ich dem los. Kannst du mal hochklettern? Danke, Lara. Oh, nicht runterspringen. Bitte nicht. So, wo muss ich hin? Ja, ich habe gedacht, ich muss da dranspringen. Geronimo. Nee, hier kommen keine Feinde bis jetzt. Ich muss da hoch, ne? Wir sind alle entbehrlich, Commander. Was zählt sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu gut. Was heißt verloren, Commander? Nein, wir haben mit diesem Tal schon alle Hände voll zu tun. Wenn Sie glauben, verfolgt zu werden, machen Sie schneller. Kann ich die jetzt töten? Er muss da unten sein. Ich bin unbewaffnet. Ja, und? Lüste nicht, Lara. Andererseits, weiß ich auch, wie du noch nicht abgedrückt hast. Erschieß mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Ich dachte, das war richtig. Ja, warte, ich muss erst mal... Der hätte tot sein lassen. Was ist das, Anna? Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn Sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Kraft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Das ist er. Das muss er sein. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Warte mal, wenn es hier eine Armee der Toten gibt. Dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Er könnte das getan haben. Was zum Teufel ist das? Diese Gefäße. Ja. An der Stelle sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.